Hallo, im heutigen Video möchten wir euch unsere Echtlederhüllen näher vorstellen. Hier seht ihr die noble Lederstruktur auf Vorder- und Rückseite der Hülle, sowie die vier soliden Halteecken, einen festen Verschluss und eine bewegliche Lasche zum Aufstellen. Dazu aber später mehr. Eingelegt werden kann das Handy ganz einfach. Kurz festdrücken und schon ist die Hülle verschlossen. Wie ihr sehen könnt, sind nach wie vor alle Elemente wie Tasten und Kamera frei zugänglich. Ein besonderes Feature dieser Hülle, man kann sie aufstellen und das mit nur einer einzigen Handbewegung. So könnt ihr ganz bequem Videos gucken, ohne euer Smartphone festhalten zu müssen. Wie im Hintergrund schon zu erkennen, haben wir diese Hülle in den Farben Schwarz, Braun und Rosa für euch im Angebot. Demnächst werden wir euch auch weiße Hüllen anbieten können. Also, wenn euch die Hüllen gefallen haben sollten, schaut auf www.phonetic.de